Hallo Leute, hier ist Torfin Ich freue mich schon heute Morgen Ich hatte eine Frühstpause Und zwar heute mal Sondermenü Bestellt Es sind bestellt Und zwar mal Schnitzel Und zwar das hessische Schmanz-Schnitzel Zeig ich dir nachher gleich mal Und so, ne? Viel Spaß gleich in diesem Video So, da bin ich Leute Jetzt gehe ich nach vorne Und hole mal mit essen Dann bis gleich So Leute Jetzt habe ich da wieder So, jetzt habe ich hier Schöne hessische Schmanz-Schnitzel Mit Pommes So siehts aus Erstmal so Und dann so So kannst du auch viel besser sehen Dann gehe ich einmal so rum Dann von oben nochmal so So Dann Bis später So Leute Da bin ich wieder Ja, ähm Das war gut Das hessische Schmanz-Schnitzel Mit Pommes Das wollte ich nur sagen Sehr lecker und sehr gut Wir wissen Dann bis bald Viel Spaß bei diesem Video Liebe Grüße TJ Tschüss Tschüss